Liebe Fahrgäste, herzlich willkommen in unserem Zug. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Reise. DB Regio fährt für bewegt. RB 27 nach Freiburg-Breisgau Hauptbahnhof über Bad Bellingen-Müllheim-Bad Krotzingen. Nächste Station, Weil am Rhein. Bitte beachten Sie, an dieser Station ist ein barrierefreier Ausstieg nicht möglich. Nächste Station, Weil am Rhein. Bitte beachten Sie, an dieser Station ist ein barrierefreier Ausstieg nicht möglich. Ausstieg rechts. RB 27 nach Freiburg-Breisgau Hauptbahnhof. Nächste Station, Haltingen. Bitte beachten Sie, an dieser Station ist ein barrierefreier Ausstieg nicht möglich. Nächste Station, Haltingen. Bitte beachten Sie, an dieser Station ist ein barrierefreier Ausstieg nicht möglich. Ausstieg rechts. RB 27 nach Freiburg-Breisgau Hauptbahnhof. Nächste Station, Eifringen-Kirchen. Nächste Station, Eifringen-Kirchen. RB 27 nach Freiburg-Breisgau Hauptbahnhof. Nächste Station, Eifringen-Kirchen. Nächste Station, Eifringen-Kirchen. Ausstieg rechts. RB 27 nach Freiburg-Breisgau Hauptbahnhof. Nächste Station, Eifringen-Kirchen. Nächste Station, Eifringen-Kirchen-Kirchen. Nächste Station, Eifringen-Kirchen-Kirchen-Kirchen-Kirchen. Ausstieg rechts. RB 27 nach Freiburg-Breisgau Hauptbahnhof. Nächste Station, Klein-Kemps. Nächste Station, Klein-Kemps. Ausstieg rechts. RB 27 nach Freiburg-Breisgau Hauptbahnhof. Nächste Station, Rheinweiler. Nächste Station, Rheinweiler. Ausstieg rechts. RB 27 nach Freiburg-Breisgau Hauptbahnhof. Nächste Station, Bad Bellingen. Nächste Station, Bad Bellingen. Ausstieg rechts. RB 27 nach Freiburg-Breisgau Hauptbahnhof. Nächste Station, Schlingen. Nächste Station, Schlingen. Ausstieg links. RB 27 nach Freiburg-Breisgau Hauptbahnhof. Nächste Station, Augen. Nächste Station, Augen. Nächste Station, Augen. Ausstieg rechts. RB 27 nach Freiburg-Breisgau Hauptbahnhof. Nächste Station, Müllheim. Nächste Station, Müllheim. Nächste Station, Müllheim. Ausstieg rechts. RB 27 nach Freiburg-Breisgau Hauptbahnhof. Nächste Station, Bugingen. Nächste Station, Ausstieg rechts. RB 27 nach Freiburg-Breisgau Hauptbahnhof. Nächste Station, Heitersheim. Nächste Station, Heitersheim. Ausstieg rechts. RB 27 nach Freiburg-Breisgau Hauptbahnhof. Nächste Station, Bad Krotzingen. Nächste Station, Bad Krotzingen. Ausstieg rechts. RB 27 nach Freiburg-Breisgau Hauptbahnhof. Nächste Station, Norsingen. Nächste Station, Norsingen. Ausstieg rechts. RB 27 nach Freiburg-Breisgau Hauptbahnhof. Nächste Station, Schallstadt. Nächste Station, Schallstadt. Ausstieg rechts. RB 27 nach Freiburg-Breisgau Hauptbahnhof. Nächste Station, Ebringen. Nächste Station, Ebringen. Ausstieg rechts. RB 27 nach Freiburg-Breisgau Hauptbahnhof. Nächste Station, Freiburg-Sankt-Georgen. Nächste Station, Freiburg-Sankt-Georgen. Ausstieg rechts. RB 27 nach Freiburg-Breisgau Hauptbahnhof. Nächste Station, Freiburg-Breisgau Hauptbahnhof. Diese Zugfahrt endet dort. Wir bedanken uns für Ihre Fahrt mit DB Regio. Auf Wiedersehen. DB Regio fährt für bewegt. RB 27 nach Basel-Badischer Bahnhof. Über Bad Krotzingen, Müllheim-Bad Bellingen. Nächste Station, Freiburg-Sankt-Georgen. RB 27 nach Basel-Badischer Bahnhof. Nächste Station, Basel-Badischer Bahnhof. Diese Zugfahrt endet dort. Wir bedanken uns für Ihre Fahrt mit DB Regio. Auf Wiedersehen. Nächste Station, Basel-Badischer Bahnhof. Diese Zugfahrt endet dort. Wir bedanken uns für Ihre Fahrt mit DB Regio. Auf Wiedersehen. Ausstieg rechts. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Wir bedanken uns füruli. Um jetzt. Wir bedanken wir uns.